Viel Talent, eine Menge Teamgeist und Freudentränen. Am Samstag empfängt der Berliner Turn- und Freizeitsportbund in der Sporthalle Schöneberg zwölf Berliner Vereine und über 700 TeilnehmerInnen zum Landesfinale der 2U-Stars und Rendezvous der Besten. Zusätzlich treten über 30 Showgruppen beim It's Showtime Contest in vier Kategorien gegeneinander an und verzaubern das Publikum mit aufwendigen Choreos, Kostümen und Kulissen. Die Kostüme werden von uns meist selbst gemacht, es ist ganz vieles selbst gemacht, selbst genäht. Und die Mühe lohnt sich, denn der TUS Neukölln kann sich gleich in mehreren Kategorien des Show Contests auf das Treppchen kämpfen. Wie ein Sieger fühlt sich heute aber jeder, denn viele genießen einfach nur den Auftritt als Team und die kräftige Unterstützung der Vereine. Das ist so ein tolles Gefühl, mit diesem riesen Verein so zusammen teilzunehmen. Die Atmosphäre ist einfach vom Bastel. Die Teams geben alles und verzaubern durch aufwendige Akrobatik, gepaart mit Tänzen nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury. Die Gruppe Reverse vom SC Siemensstadt tritt mit ihrer Show Navi Reise nach Pandora für das Landesfinale an und könnte stolzer nicht sein. Wir sind mega zufrieden! Das war unfassbar cool, das hat so Spaß gemacht. Vielleicht sieht man es auch an unseren verweilten Gesichtern. Wir sind alle sehr stolz auf jeden, alle haben durchgezogen und ihr Bestes gegeben und das ist das Wichtigste. Der SC Siemensstadt entscheidet das Landesfinale der 2U-Stars für sich und qualifiziert sich damit gemeinsam mit dem SV Berlin-Buch und dem TSV Spandau für das Bundesfinale. Die Sporthalle ist mit Euphorie gefüllt und der Berliner Turn- und Freizeitsportbund beendet den Wettbewerb mit einem ganz besonderen Highlight. Anlässlich der bevorstehenden Special Olympics wird ein Flashmob mit allen TeilnehmerInnen gestartet, der einmal mehr unterstreicht, was in diesem Event steckt. Viele Tränen, viel Talent, aber auch eine Menge Teamgeist.